schönen guten tag ist mittlerweile samstag und die zweite und damit wohl letzte neue episode vom fünften sechsten 2020 steht an ja schauen noch mal kurz in die gruppe doch noch ein bisschen was drauflegen hilft ja nix ein bisschen vorsprung zu haben okay ich würde sagen es geht los ja 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 Tasty. 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 Juicy. Tasty. 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 Juicy Juicy So delicious Soda Crush Divine Ja Si So Okay No Das hat sich, glaube ich, inzwischen gelegt. DIVINE 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 Tasty Tasty Juicy. Soda Crush. Es ist, was ich geschrieben habe, ich bin von den Chat. Jusy. Wir machen das so lange weiter, bis er sich selber denkt, wenn es sozenie ist. Dann landen wir erst auf. Und das ist für ihn ein Ausmaß von Leute, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So delicious 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 Juicy. Soda Crush DIVINE Juicy DIVINE 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 Wir wollen jetzt für bestimmte Themen interessieren, da leider die Aufmerksamkeit in Medienfragen immer sehr kurz. DIVINE 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 Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Juicy Soda Crush DIVINE 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 Soda Crush Divine Soda Crush Soda Crush Soda Crush Soda Crush Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Juicy. Juicy. Tasty. Soda Crush. Divine. Soda. Sodaけてutography. Das war's für heute. Divine So delicious Juicy Tasty 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 So delicious My tea is may produce Juicy. 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 Ja, wie gesagt, es kann ja immer noch sein. Das war's für heute. Soda Crush 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020